Geh weg, hä? Hat die mir grad ne Kopfluss gegeben, die alte Sau? Äh, scheiße. Aua. Ich hab G gedrückt aus Versehen. Gib mir Zombies. Gib mir Zombies. Okay, ich bin fertig. Oh. Lalalalalala. Ich hab mich vor dir erschreckt. Entschuldigung. Hallöchen und willkommen zurück zu Dead Island 2. Wuhu. Bist du auch da? Du bist da, ne? Einen wunderschönen guten Abend. Boah, schön, dass du das gemacht. Ich geh jetzt. So warte auf mich. Sag mal, Schieldy? Bisschen. Guck dir mal, guck dir mal Denise, oder? Denise Schield. Ja, aber keiner hat sich selbst gemacht, ne? Doch, wir können euch alle verrecken lassen. Befrage Denise. Hier, erzähl mal. Will Dr. Reed be back soon? Fuckin better be. Bob's taking way too long. And Bob is? Janitor for this place. If you tried taking a shower, you'd know the water's out. Bob went to get it back on. Hey, you try fighting hundreds of zombies. See what you smell like. But okay, I could use a shower. I'll go see what's taking Bob so long. Are my ears working? Did someone just offer to help out? That would be great. We won't last long without fresh water. Bob was headed for the janitor's office. Downstairs behind the doors. And I'll find him. Alles klar. Bob. So, wo soll was hin? Nach unten. Nein. Oh Gott. Warum nicht? Du bist nicht Geralt. Ja eben. Deswegen kann ich das nämlich auch einfach machen. Schwupp. Aber wahrscheinlich sind deswegen auch hier die Beginners da so. So, was ist denn hier los? Katsching. Oh, wow. Ah, das fängt schon wieder gut an. Aua, aua. Aber hey, guck mal. Ich hab den schönen... Ganz fantastisch hast du das gemacht. Geh weg. Vielleicht standst du wieder ausgesehen daneben. Aber hey. Das kann schon mal passieren. Ach, der ist wieder immun gegen meinen ganzen tollen Schaden hier. Äh, also den Schaden, den ich hier auf der Coil habe, ist er nicht mehr. Aber es ist ja eigentlich so dunkel wie ein Bärenarsch. Mach doch deine Taschenlampe an, Jan. Jedes Mal muss ich dir das sagen. Wie war denn das? Das mit X? Ah, mit X. Einsatz mit X. Oh, erst geht's, okay. Ja, ich kann die nicht töten. Dann nehm ich den hier. Katsching. Stirbt. Ich kann sie... Oh, der hat aber schön geflogen. Juhu. Warte mal, wie war noch mal Bomben werfen? Kuh. Ha. Kuh. Ihr wer... Hä? Hat die mir grad ne Kopfluss gegeben, die alte Sau? Äh, scheiße. Aua. Die sollte eigentlich weiter wegfliegen. Ich hab kein Essen bestellt. Doch, ich schon. Aua. Äh, jetzt bin ich aber fast tot. Was los? Das, das. Spucker. Das ist ja jetzt erst. Hier, Spocki. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Bist du? Moment. Ich bin noch nicht. Sag ab, ist denn... Warum ist der denn gegen alles immun hier, der Dicke? So, jetzt gibt's hier direkt mal mit der groben Keule hier. Aber Dicke ist gegen alles immun. Ich bin übrigens auch der Gegenschläge nicht immun. Warum nicht? Weil ich vielleicht tot bin. Ich hab dich nicht getreten, Jan. Oh. Dafür bin ich gestorben. Du auch? Ja. Boah, das geht gut los. Heute in dieser Folge wieder ein Todes-Counter, befürchte ich. Äh. Möglich. Möglich. Boom. Okay. Also, der Gea ist gegen alles immun. Echt? Ja, ja. Und der hier nicht? Ja, ja. Hier, der Feuerwehr-Jogi ist auch gegen Kugeln immun, anscheinend. Das finde ich kacke gemacht, dass, wenn die irgendeine Immunität gehen. Und das haben wir aber auch gegen, ich sag mal, normalen physischen Schaden immun sind. Ja, wie willst du das denn dann hier? Wie willst du das denn dann? Aber Spocki ist weg. Nee! Ich hab gelogen. Spocki ist nicht weg. Okay, dagegen seid ihr auch. Jungs. Jungs, wir müssen reden. Achtung, Granate! Ja! Huh! Sag mal! Was ist denn hier eigentlich? Ein Schlüssel. Okay, geh, geh, geh. Oh, feilsch, hast du, ne? Was ist denn hier eigentlich ein Schlüssel? Was ist denn hier eigentlich ein Schlüssel? Sag mal, wie viel kommt denn hier eigentlich? Ja. Stirb! Dankschön. Ey, 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 ey! Jungs, mittels, jungs, mittels, jungs, mittels, jungs, jungs, mittels. Okay, Feuerwehrmann kann man, ey 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 ey! Da kommen doch welche von oben! Boah. Ach Du bist wieder gegen alles附近. Vielleicht soll ich nicht den Rücken zur Treppe stellen. Mal gucken. einfach nein was soll das ich bin damit nicht einverstanden ja klar okay dann halt wieder groben keule hier ja auch nicht hier kommen grobe keule da ist schon wieder ein spucki jan auch so mal die wollte ich das nicht oder ja hier achtung wieso ist der immun gegen alles nicht gegen mein schwert die machen kaputt da ist klar so was ist hier los ließen war gut kann es sein dass sie immer neue kommen gleich einfach nur weitergehen müssen ist dass es geht ja kommen wir gehen einfach da wo der gelbe punkt ist ja ich habe doch erst gesagt achtung noch nicht granaten renate guck mal wie sie da jetzt alle stehen naja jetzt hätte ich gerne ein helles ich kriege aber kein helles was ist hier oben komme ich doch hoch ich habe mich nicht zu tode erschreckt oder so ich habe sie mal mit meiner mit meiner axt aus der bemerke spitzhacke auseinander gehackt soll hier zugangskarte so kommen spielen doch schon darum bist du immer das ist doch hier verarsche ich gehe erstmal hier lang ja ja heute einfach mal mit der grobe kenne hier weg gesämmelt oh was zu lesen hinweis an alle mitarbeiter marken die zum verkauf freigegeben sind skinny kid penkati amilust kaama odiar odiar momentan nicht geeignet für die auslage viral eweck hör auf diese marken im eingangsbereich zu präsentieren befolgt das planprogramm wer auch immer dafür verantwortlich ist verantwortlich ist wird gefeuert bist du da wirklich weiss ich nicht eigentlich ja aber irgendwie auch nicht was denn da unten iiii oh entschuldigung hatte durchfall ja ich sehe es ah kannst du mich das nächste mal vielleicht vorwarnen bevor du solche dinge tust äh du bist dem nah gekommen da hat das ding schon angefangen zu explodieren ach so ich hab den anderen bloß einfach nochmal ne weil weil kann ich hier ist glaube ich noch was zu lesen nicht betreten bob geh unter keinen umständen da rein ich weiß du hattest da was aufbewahrt aber das kannst du komplett vergessen die rohre hat es schlimmer erwischt als ich dachte ich hab versucht sie zu reparieren aber das ventil ist abgebrochen und also wie gesagt denk nicht mal dran es dir selbst anzuschauen less low aber wir haben doch ein schönes rädchen guck mal hier ja kann man kann man kann man ach nee da liegt sogar eins ich weiß nicht ob das so smart ist doch hab ich ne dings investiert hier ne ne fuße oa wirklich jetzt wirklich ich hab mich selbst also ich bin so heiß dass ich das selbst nicht ertragen habe und jetzt weiß ich auch wofür wir das zweite rädchen brauchen oh ich weiß ja nicht ob du so heiß bist hör mal hier in dein Gesicht hausmasterschlüssel oder so erforderlich gut wir haben gelootet wir können hoch ooooh er ist zum zombie geworden jetzt ist es soweit nein ich habe ein lilanes schwert bekommen oh schön ich hab so einen lilanen burschstab oder so gekriegt war hier lang ne ja der gibt mir grad mein schwert in der hose auf du ähm zombies hier hallo ich take a look around ich lese mal hier ja nachricht für bob bob das erdbeben hat uns nicht allzu schwer getroffen aber du kannst deinen Arsch darauf verwetten dass ein paar der Rohre geborsten sind ich habe das Hauptventil geschlossen und mache mich auf den Weg zum Evakuierungszentrum ich weiß dass du bleiben willst also sieh auf den Plan im Tresor wenn du das Wasser wieder andrehen musst ich hab den Code an dem Platz versteckt wo du dein Gras sonst aufbewahrst viel Glück Kumpel Leslow woher weiß ich denn wo der sein Gras normalerweise aufbewahrt hallo bin ich ein Drogenschlüffelhund oder was ich bin grade schwer verwirrt was macht sich diese komische Geräusche ach ja der Stühle unter meinem Gewicht ich kann sagen da plätschert auch Blut ich sehe es ich sehe es es ist da oben auf dem Rohr oh come on so offensichtlich ja ich hab's oh schön wunderbar kurzzeitgedächtnis also noch intakt der Code lautet 12 7 53 66 bingo wir sehen uns auf der anderen Seite ja let's go jetzt komm auch hier in die Garage rein geh mal vor ok ich geh ja BAM ich rufe mittlerweile und BAM du machst das schon ich rufe mittlerweile ja ist gut also die Waffe kann hier einfach gar nicht schwer ne echt schade ey du brauchst hier 800 Schuss um so ein Zombie umzulegen schon mal mit Headshots versucht hast du mich schon mal irgendwie Ballerspiele spielen sehen wo ich Headshots mache? nein oh wir könnten ja mal ne Runde PUBG spielen ahahaha klar easy peasy oder so Fortnite oder so ja danke bevor ich Fortnite spiele schwöre ich die Frieden Hölle zu oh du wirst sie vielleicht bald tun weil die ganze Hitze ist ja schon hier oben ahahaha bumm zack schwupp bam katsching weiter gehts oh lebst du noch? nein braver Zombie tote Zombies sind gute Zombies ja komm mal lauf mal durchs Feier ich finde ihr macht das ganz toll bringen sie alle oben na gut ok oh der war gut jawoll ey was willst du denn mit deinem Schlafanzug so tut man das lass das katsching ach so schön einfach mal mit der spitznackig gehts bei dir? ja alles gut ne hör auf blei nein ich verbiete dir das ich hab auch das Gefühl generell meine Waffen taugen hier gar nichts mehr ja ja wir müssen auf jeden Fall mal Wachfahrplätze wieder machen ja nee oh Streamerin halt's Maul oh jetzt treff ich den Typen und ich sie oh Achtung warte ich schreib mir mal von hinten an die Rand ich schreib mir mal von hinten an die Rand scheiße oh jetzt steht die auch noch genau auf mir und der Feuerwehrmann geil so Freunde wie du bist ja gegen Immun ach leck mich doch du ja wo kommen die hier oben denn alle jetzt hin äh her so ok jetzt reicht's ok der ist weg so kann ich kann ich wieder mit einer auf die Mütze hauen bist du auch mit dem Mund entgegen oder was leck mich doch auf zückerle da jetzt hier weg ich weiß ich habe gerade auf sie geschossen ich hab den rage mode vergessen ach ja oh mein gott und der könnte gar nicht offensichtlicher blinken da oben ja mit dem können wir echt viel machen ich glaube auch aber für den einen zombie jetzt hier lohnt sich das auch nicht mehr 22 einer also für den vielleicht so doof sagt nämlich ich muss da immer ein hauer mit der mother denken wo dann irgendwie wo dann irgendwie meinte und dann feierte ich thanksgiving mit meinen besten freunden und bob es ist schon ein bisschen böse ne ja ein bisschen oh guck mal ein wasserhebel ja genau einmal duschen so wir sollen nie sagen dass ob nicht mehr wiederkommt das sind die helfe es war so wird nicht geplant da ist noch ein malmann hinter dir irgendwo ich habe gesagt nein mann der hört aber auch der hört nicht zu ich komme nicht so gut klar mit diesen langsamen waffen ne ja die sind da muss ich genau beobacht ja so bei mir dauern und ich habe keine motion mehr auf dem ding weg weg mich doch ich habe gedrückt aus versehen gibt mir zum geht mir zum ok bin fertig treppe hoch da 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 ja ja nie ja ja tu scheiße wo ist mein muss man code okay das ging das ging ok da hast du abundance schade das drauf gehabt noch deiner waffe gar nichts einfach ich habe auf meiner waffe ja nichts und deswegen kannst du damit ganz gut fehlen die feuerwehrleute also blutung schaden geht auch okay ja ja richtig wo waren die treppe nach oben hier ist die treppe nach oben jedes koffer aber hier ist die treppe nach oben ich will nicht ja okay ich muss looten ach scheiße falsche treppe nach oben die falsche treppe nach oben nein feuerwehrleute an oh hi ups entschuldigung sehr gut so andere treppe nach oben wo feil folgen vielleicht da gegenüber nee ich nehme jetzt gar nichts hast du das mitgekriegt ich los ja ja ich dachte dass ich also ich bin brachlos ja du hast es geschafft dass ich voll die fresse halte glaube ich nicht aber ich weiß ich bin hässlich aber wieder nicht ich habe so fest mit einem zombie gerechnet dass ich einfach nicht damit gerechnet habe da kommt ja da kommst du ja ist klar ist in der werkbank weiß ich nicht ich rede mal kurz mit denis jetzt dürfen wir rein ins büro okay dann lass uns ins büro gehen hey duck hey there you go i keep the eye shot 12 hours no light okay so everything cool not really the cdc isn't calling the shots anymore the military have taken command and they won't extract you until they have proof of your immunity what they're just so paranoid about the virus escaping from l.a. they know they can't contain it if it gets out so if you film me getting chewed on i can take it nothing quite so crude as that but we have to test you but my equipment is at the cdc hq by santa monica beer good thing i grabbed a nap okay oh oh i don't know i don't think you should go alone bin ich allein ich habe meine egos wir sind immer zu zweit guck mal ich habe hier missing person dinger gefunden die können wir einsammeln und ganz kurz hier hinten ist noch was zu lesen äh ich glaube schon ich möchte dass ihr alles was ihr für die gruppe tut hier auf diesem blatt papier zusammen mit eurem namen aufschreibt wir gehen nächste woche alles durch und wenn einer von euch seinen beitrag nicht leistet oder lügt was das angeht werde ich es merken denis montag wache geschoben denis stromversorgung repariert bob essen gekocht janet unterhaltung rachmaninoff ten hotelzimmer nach brauchbarem durchforstet john danny duggie tisha evie sid ken und ava abwasch gemacht rosa raumaufteilung organisiert ruben lazarett geöffnet valentina und ruben sid ins neue lazarett gebracht danny sanitätsdienst ruben kommunikationsversuch mit der außenwelt ava oh gott das ist voll lang leute guckt euch das mal an mach du mal den mittwoch dann bitte lass mal warte mal wie komm ich denn aber hin oh ich hab das nämlich gerade nicht offen okay ja da jan das gerade nicht findet machen wir das jetzt im schnelldurchlauf weil ich lese das nicht alles vor ja mittwoch haben ganz viele leute ganz tolle sachen gemacht donnerstag haben etwas weniger leute aber auch gleichwertig tolle sachen gemacht und am freitag sind ein paar leute rausgegangen und haben auch gleichwertig tolle sachen gemacht ungefähr so viele wie am donnerstag dankeschön okay jetzt ist der Wald jetzt ist der Wald jetzt ist äh ja 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 so hier tan was machst du hier oh der kann nix der hat dinge getan das habe ich genau gesehen und hier vorne haben wir noch eine quest guck mal eine quest ja am radio glaube ich ja ja stimmt weil die alte da ja am funken ist mhm nein mhm ja Dann hätte ich besser meinen Arsch übernommen. Boss lässt es krachen. Weißt du was, lieber Jan? Ich hab da jetzt einfach keinen Bock drauf und deswegen überlasse ich das einfach Zukunfts-Bloody und Zukunfts-Opelix und würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Zukunfts-Ichs, ja? Ja. Und du's. Ja, genau. Die Zukunfts-Ichs und die Zukunfts-Dus-Süsse, die dürfen sich darum nicht kümmern in der nächsten Folge. Die werden uns aber hassen, das weißt du. Ja, weiß ich, ist mir egal. Okay, dann habt einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag und meine Liebe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Wo kann ich nochmal lesen? Journal oder so? Ich weiß nicht, ich drücke mal O, wenn ich was gefunden hab. Ja, lies doch mal weiter, ich find das bestimmt gleich. Nein, ich warte jetzt. Ich schneide das alles einfach raus, so. Nein, das machst du nicht. Oh, sowas von schneide ich das raus. Wisst ihr, Leute, das ist nämlich immer das Fiese, ich schneide ja nicht, weil keine Zeit und so. Aber du wolltest eigentlich, ne? Ja, so ein bisschen, aber ich hab's noch nicht mal geschafft, die Folgen zu rendern. Ich weiß. Bei mir kommt nächste Woche einfach dann schon die Folge 14 und bei dir kam noch nicht mal Folge 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.